So, Juri und ich, wir haben die Granitza, die Grenze, zu Kyrgyzstan gemeint hat. Juri, was okay, yes? Granitza, no problemo. No, no problemo, ja. Keine Durchsuchung, keine Durchsuchung unserer Taschen. Ja, die Grenzbeamten haben Fotos mit uns gemacht. Ja, also war wirklich ganz ohne Probleme nichts zu beanstanden. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen fahren. Ich denke mal, dass ich mit Juri heute noch den Tag zu Ende fahre, dass wir dann zusammen übernachten und morgen werde ich dann meinen eigenen Weg gehen. Dort hinten, schaut mal, Panoramablick, das ist Kyrgyzstan. Also nochmal, was ganz anderes als Kasachstan gefällt mir. Ab jetzt beginnen die Berge. Halpinist. Ja. 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 Ja.